Wie das geht, weiß ich zwar noch nicht, aber ich kann wohl auch mit dem Segelboot nachher rennen fahren. Das werde ich definitiv nicht machen, weil ich nicht Segelboot fahren kann. Und ich Angst habe zu zerschellen. Also ich muss quasi immer so ein bisschen Wind in den Segeln haben, damit ich irgendwo hinkomme. Dabei scheint es aber auch nicht wichtig zu sein... In welche Richtung das Boot segelt? Hauptsache ich habe Wind, was ich nicht verstehe. Ich muss hier nicht durch, oder was? Ich kann leider nicht nach oben gucken. Ich sink. Und laufe auf. Wird immer besser. Versteht ihr jetzt, warum ich meinte, dass ich nicht segeln werde? Komme ich hier eventuell rauf? Tatsache. Tatsache. Wird wäre dann einfach. Müssen wir ein bisschen hüpfen? Aber man kommt ja hoch. Oh, es ist sogar eine Touristenattraktion. Ja ja, du bist super ungeschickt. Irgendwie drinnen Kommst du da rein? Aha Du wirst also irgendwie da raus Entschuldigung Entschuldigung Ah, hier kann man doch was mitnehmen Und hier habe ich also wundervollen Handyempfang Toll Okay, ich habe es geschafft und ich bin soweit Hey Ray, der Blick ist echt spitze Ich lüge nie, mein Freund Aha Vertragt euch ihr zwei Bist du bereit, Ray? Die Protokolle warten auf dich Mal sehen, was es mit dem Kahn auf sich hat Ich bin mir jetzt noch nicht ganz sicher, was zum Geier wir jetzt machen Ach, wir machen jetzt wieder diesen Weltallquatsch Wie ist der Plan? Wenn ich den Plan kapiert habe, und da bin ich sicher, gibt es da Kameras, die ich hacken kann Ich werde mich da drin mal umsehen Und was dann? Das scheiß Ding hijacken Sobald ich genau weiß, wie Das ist verrückt Ich liebe es Ich will ihren Hauptserver, und das heißt ihn näher zu uns bringen Ich gehe rein Na los, Mann, mach's nicht unnötig spannend Was siehst du? Scheiße, die machen keine halben Sachen Ich sehe jede Menge Top-Hardware Ich sehe auch ein Admin-Terminal, aber ich muss mich umschauen und irgendwo Zugangsdaten finden Neue Hacker sind unterwegs, die musst du für uns vorbereiten Die PC läuft und bringen ihnen, was sie brauchen Hehe, hallo, hier liebt jemand Spielzeug Josh-Spielzeug oder Sitara-Spielzeug? Die Art, die Batterien braucht, die Art, die ich fernsteuern kann Aber spielt bloß nicht mit mir Das ist neu, wo war das? Das ist neu, Mann, ich finde kein Punkt Es geht nicht mit mir Ich finde, dass wir uns die Innere noch nicht fernsteuern Das ist die Niveau nicht 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 Die Unterrichtung Scheiße, wer schickt mir denn sowas? Ist denen egal Wir wollen nicht die Latenz testen Wir wollen das Programm testen Habe ich nicht gefragt Ich will noch nicht sterben Wird in Hongkong wegen Mordes gesucht Was soll denn das? Hör sie 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 Wieso passiert der Scheiß immer, wenn ich dabei bin? Tut mir leid, der Mann. Er ist weg. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh Gott, ich will nicht sterben. Oh mein Gott, oh mein Gott. Sie warst. Oh Mann, das ist nicht gut. Oh Gott, ich will nicht sterben. Oh Mann, das ist nicht gut. Verdammt. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich will nicht sterben. Wie viel verdient man als Nutte? Du wirst keine Nutte. Deine Mutter und ich kommen zu dir rüber. Und zwar sofort. Dad, das war ein Witz. Okay. Gut. 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 Oh mein Gott, oh mein Gott! Ich glaube, ich habe das Passwort. Du kannst chinesisch? Ist eine numerische Sequenz. Ein Versuch schadet nicht. Oh mein Gott, oh mein Gott! Wo komme ich denn da hin? Oh mein Gott, oh mein Gott! Oh mein Gott, oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich komme da nicht hin! Oh mein Gott, oh mein Gott! Ich komme da nicht hin! Ich komme da nicht hin!